so hi und hallo mal wieder ich wurde gefragt wann ich endlich wieder violetta staffel 3 booster stickers öffne hier sind jetzt acht sticker booster tüten ja ich vergesse es letzte zeit immer wieder öfters mal paar videos zu machen aber jetzt mache ich wieder welche und zwar acht sticker tüten wir posten natürlich dafür wie ihr sie findet was sie davon haltet ganz egal was hier könnt ihr sollt ihr und vielleicht auch müsst ihr posten über violetta staffel 3 sticker ja ich habe mir auch wieder booster staffel 3 bestellt also bitte nächstes auch ein violetta booster video wieder neu entstehen aber ihr wisst ja ich habe so viele projekte kann man schon mal das eine oder andere geht da mal unter aber natürlich für die violetta fans wenn ich immer wieder sticker booster und die neuen magazine die ich finde immer wieder präsentieren aber jetzt genießen wir erst mal staffel 3 stickers und wie gesagt ihr postet mir was ihr davon haltet wie ihr sie findet ob die sie selber sammelt oder vielleicht schon komplett voll habt ganz egal ob sticker oder booster hier postet mir bitte alles es interessiert mich wirklich umso mehr post da sind umso mehr oder umso schneller mache ich natürlich wieder weitere stickertüten oder sonst was auch von violetta und wer jetzt mit die sticker anfangen möchte ihr kennt das ja unter dem video versuche ich immer zu verlinken wo ihr die sicher und bequem bestellen könnt 80 prozent auch teilweise billiger weil die serie die jetzt ja schon etwas länger auf dem markt dann gehen meistens die preise runter die glitzer karten sehen recht witzig aus mein sticker album habe ich auch so langsam voll fünfte stickertüten fünfte stickertüten ne sechste glaube ich schon sechste entschuldigung erzählt dieses hier so wie gesagt oh der war jetzt doppelt schon postet mir alles ja die kleben aber auch sticker tütchen coverbild ihr wisst ja auch wenn ihr die motive länger genießen wollt immer wieder auf pause und hier ist es nun das letzte und achte sticker tütchen aber nur für heute ich mache heute noch einige videos ach diesmal nicht so viele Puzzle Stickers da drin also das waren sie jetzt nun meine sticker tütchen von violetta Staffel 3 postet mir alles darüber und sage deshalb wie immer bis demnächst guckt hin und schaut zu